Teil hat? Ich weiß nicht. Ohne. Was siehst du dann? Wenn du das erste abgeschlossen hast? Die Belohnung des zweiten Teils. Es wird doch relativ nervig, dass man... Boah. Wenn ich für den Scheiß fahre hoch einfach den... Bailando, Bailando! Bereit zur Abgabe? Abgabe? Oh, hier will ja einer mit mir talken. Hier ist die yellow question mark on the head. So I talked to him. Hello Guy. Was jetzt? Jetzt muss ich Pilzkulturen pflanzen, ja. Wer hat sich denn das ausgedacht? Pilzkultur gepflanzt. Ohneuk. Was ist super. So, was soll ich pflanzen? Denotieren Fungus in der Erde. Das ist... Abgeschlossen. Was ist denn ein Kuwack? Hier ist kein Kuwack. Hä? Ich bin dezent verwirrt. Leider keine Ahnung, wo du redest gar nicht. Ja, das übliche. Questgebiet wird auf der Karte angezeigt. Ein kleiner Kreis. Aber hier ist nichts. So. Ja. Das ist... Ja. Kennt man ja. So. 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 Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Vielleicht muss ich den Text lesen. Tumult erzeugt, das höre ich noch nicht. Oh, ich glaube ich muss mit dem Questgeber reden. Meistens von Vorteil, das zu tun. Der ist weg. Von Vorteil. Ah, da ist er wieder. Okay, jetzt stelle ich die Quest neu. Jetzt muss ich auf so einen langsamen Org warten. Oh, meine Beine sind warm, wenn ich den Schlafsack da drauf liegen habe und kalt, wenn nicht. Ich bin so unglücklich. Das hat Olli heute auch gesagt. Ach, war er noch am leiden wegen dem Fahrrad? Ja. Boah. Weil er wieder mit dem Ton weh doch alles tut. Ja. Und dass er doch so alleine ist. Alleine? Ja, mich wollte er ja nicht. Ich werde ihm zu wüt. Ich werde ihm zu wüt. Tess. Geheiminformationen der Centauren. Zwei von vier. Ich schleiche mich auf leisen Sohlen ins Lager. Ein Blutstürmer, der Kräuter bemerkt mich und knippelt auf mich ein. Das bringt ihm nichts. Er verfehlt mich. Und ich treffe ihn. Direkt ins Herz. Oh. Oh. Danke. Hallo. Sehr schön. Es geht auch noch weiter, die Questreihe. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Oh. Oh. Das ist schon wieder nicht hier. Die. Mob. Tötet Venus, um den Verox hervorzurufen. Okay. Jetzt müssen wir mal wieder die Questtext lesen. Bah. Widerlich kompliziert war das. Wie geht's? Die. Denativos glaube ich. Wie geht's? Der Heilige Herrscher, una nach unten. Fertig�러 Capell. Was führt euch hierher? Vielen Dank. 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 Ich bin... Ich... 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 Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020